Und damit sage ich herzlich willkommen. Willkommen zurück zu Ark und der hohoho frohe Weihnachtsstimmung. Hallo Swissly, hallo Buan, hallo Rex. Hallo. Hallo. Ja, wir frieren uns hier, naja, nicht so, noch nicht so die Füße ab. Wollen mal gucken, ob wir hier was Vernünftiges, Schönes finden. Die Schneeeule ist mit 145, ja schön. Aber mit dem, was da drumrum war, unmöglich. So, was haben wir denn da hinten? Da hinten ist noch eine 50er Schneeeule. Okay. Kommt jetzt gerade in meine Richtung. Oh, da ist ein Drache an mir vorbeigeflogen. Ein 40er. Leider nur ein 40er. Und er legt sich natürlich mit drei Mammuts an. Kein Problem für ihn, wa? Oh, Moment, das sind zwei von der Sorte. Ein 110er-Manna-Gamma-na-na-na-na-na-na. Okay. Das ist natürlich jetzt... Ähm, lass uns mal da vorne auf dem Hügelchen landen. Geht das? Oder kriegt ihr eins auf den Sack? Wir könnten ja ganz schnell eins auf den Sack kriegen, weil der nämlich über uns fliegen kann. Ja? Ja, dann gehen wir höher. Definitiv. Der war auf jeden Fall über uns gerade. So? Mhm. So. Hier reinhalten wir es noch. Also. Da unten sind Mammuts, Wölfe. Noch mehr Wölfe. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Das ist... Ja, Mammut is down. Die Direwolf 130. Leck mich an der Tash. Sieht einer von euch den Drachen noch? Nein. Ich guck mal kurz unten. Ich gucke mal. Ah, da hüpft. Ich bin gerade hier in unsere Richtung, ja. Das war der 110er, der zweite. Ja, das ist der 110er. Da kämpft jetzt nur noch ein Drachen gegen zwei. Die Frage ist, wenn du den Drachen ziehen kannst, wo willst du denn hinziehen? Äh, gar nicht. Du fliegst ihm hinterher, versuchst auszuweichen und ihn wegzuschießen. Alles klar. Das Problem ist aber, da der sowas von lag... Oh. Lag? Ah, jetzt. Jetzt wieder. Ähm, da der sowas von agil ist... Deshalb frage ich mich gerade, wie du den treffen willst. Also, das ist natürlich ein Ewigkeitsspiel. Swizzly. Und egal, wo er dann runterkommt. Ich glaub, die Eule haben wir mit der Schussmethode geholt. Den Drachen haben wir mit dem Netzwerfer gemacht und dann eingebaut, oder? Ja. Also ja, wir könnten es versuchen, indem wir unseren Schützen drunter packen. Dann kannst du ja mal versuchen, vier, fünfmal den zu treffen. Wie viel Torpo hatte der? Hat das einer sich gemerkt? Ne, warte. Ich schaue gleich nach. Hier wird es gerade dunkel. Glaubst du, das ist eine gute Idee im Dunkeln? Glaubst du, das ist überhaupt eine gute Idee gerade? Der hat 6k Torpo. Oh, vergiss es. Da müssen wir schon richtig... Da musst du richtig zu lang. Ich weiß nicht. Ich glaub, bei der Eule wird es auch nicht weniger sein, oder? Ja, lass uns noch mal auf Eulenjagd gehen. Weil das sie gerade so gerne ich jetzt den Drachen auch schon hätte. Aber ja, das macht wenig Sinn. Vor allem, wie viele Stunden müssen wir den dann bewachen? Ja, mit einsetzender Dunkelheit ist natürlich richtig mies. Richtig. Keiner hat ein Zelt dabei, keiner ein Lagerfeuer. Da fliegt der nächste Drache. Ein Zwanziger. 1,7 Torpo. Der fliegt nicht. Der hängt in der Luft. Hm. Easy Target? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Rex? Ja? Kriegst du den? Siehst du den? Wem denn? Na, den Drachen da drüben. Oder sehe ich den nur? Ich sehe den auch. Richtung Südwest. Direkt vor uns. Direkt vor uns. Direkt in Richtung Adler. Der müsste jetzt im Prinzip so fast in Schussreichweite sein eigentlich. Sehe ich nicht. Bin der blind. Südwest. Ja, Südwest. Ja, klar. Südwest. Das siehst du nicht da. Oben. 20 Meter vor dir. Oben. Nicht unten. Nicht nach unten gucken. Nach vorne. Waagerecht gucken. Der hängt hier oben in der Luft. Ich muss ja ein bisschen höher gehen. Ich sehe sonst nichts. Alles klar. So, hier sehe ich schon einen Sternenhimmel. Das macht mir doch ein wenig Angst. Siehst du den unter uns nicht? Doch, das sehe ich, ja. Moment, ja, 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 ja. Moment mal. Klar, wir haben ja Zeit. Wir hocken ja hier nur 3000 Meter in der Höhe. Vorsicht. Schieße. Moment, Moment. Du triffst definitiv ihn. Ja, schieße. Das klappt. Es ist aber halt nur ein sehr kleiner eigentlich, ne? Mhm. Der muss gehen. Der muss kommen. Ja, ja. Noch, 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 noch. Aber der fällt nicht runter. Der ist verbuggt. Oder? Ja. Siehst du, der schläft hier oben. Super. Okay, erledigt. Dann fliegen wir wieder Richtung Karte. Wir müssen nicht zumindest ein Auffressen. Können wir das? Ein bisschen was drauf tun? Warte, ich versuch mal. Hage. Also kannst du, warte mal, ich flieg dich mal so nah ran. Und du sagst mir, ob du drauf zugreifen kannst. Moment. Ja, ich kann zugreifen. Moment mal. Moment, Moment. Klar, Moment. Alles gut. Wir haben Zeit. Das ist der... Ich bete, dass ich die rechte Maustaste nicht finde. Nee. Ich kann... Magma. F. Doch, ich... Nein, kann ich doch nicht zugreifen auf den. Moment, Moment. Moment, doch, doch. Ich kann ja zugreifen. Ja, was denn jetzt, Rex? Ich kann zugreifen, ja? Du machst mich wahnsinnig. Magma, das ist ja... Sie? Ja, kannst du zugreifen? Kannst du Futter mal rein, Interesse halber reinschmeißen? Kann ich zugreifen, ja? Kann ich zugreifen, aber ich hab ja nichts zu essen. Ja, wieso denn nicht? Moment. Wie schlägt denn vorbereitet? Warte. Ja, meine Essen hab ich auch im Vogel drinnen, nicht hier. Ja, warte. Tu ich ein normales Fleisch rein? Wieso willst du denn schon Fleisch rein tun? Ja, mach ruhig. Mach ruhig. Wenn er sich hier oben festpackt, ist mir das egal. Dann können wir ihn zur Not hinterher pfeifen. Dann kostet uns das nichts. Weißt du, was ich meine? 24-Stamming. Ja, gesehen. 24-Stamming schon gesehen. Okay, dann... Ich glaub, wir sollten mal auf Konditionen achten von uns, oder? Keine eine bitte mal... Vielleicht mal rohes Flammes vielleicht mal besorgen? Klar. Jetzt hier im Dunkeln. Gar kein Problem. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Du, ich hab noch keinen Hammel gesehen bis jetzt. Okay, bis jetzt sehe ich einfach noch keinen Hammel. Wie heißen die? Hammel. Wirklich Hammel? Keine Ahnung. Wollt gar nicht schon. Wovies. Wovies? Mhm. Zwistli, ich wünschte, der 110er hätte das gemacht, was jetzt hier gerade der gemacht hat. Der ist einfach buggy in der Luft geblieben, hat sich nicht bewegt und schläft jetzt oben in der Luft. Drache. Ja! Wir. Wir haben den noch nicht. Das war bei mir genauso das Problem, dass er nachher, wurde er gezähmt und dann ist er immer höher gestiegen. Oh. Der erste Drache, den ich verloren habe. Deshalb warten wir da erst mal ab. Das ist sowieso bloß ein ganz kleiner. Ja, ja. Das ist hier nur ein... Ein Geschenk. Ich nehme an, der hat keine Ausdauer mehr. Der... Moment. Kann ich nicht sehen. Ausdauer hat er, äh... Wenn er in der Luft schwebt. Mhm. Dann ist irgendwas falsch, damit er nachher immer weiter schwebt, wenn er gezähmt ist. Aha. Solange er Ausdauer hat, den vollen Ding durch passiert nix. Mhm. Er hat keine Ausdauer. 330 hat er nur Ausdauer an 0. Das heißt, wenn er gleich auf 0 geht, wird er ewig weiter steigen, ja? Das kann passieren, ja. Okay, dann lass uns mal weiter fliegen. Dann nehme ich dein Fleisch raus, oder? Nö, lass drin. Lass drin. Ich habe auch noch was dabei. In meinem Vögelchen sind auch noch ein paar. Ja, das Timing ist ja sowieso schon wieder runtergegangen. Du hast das Fleisch rausgenommen, ne? Timing ist ab 27 Prozent des Reisen gekommen. Ja, aber wir waren ja gerade bei 30. Ne, 30 war das? Ja, sicher. Okay. Ich habe halt halbiert, okay. Ach so, naja, du hast das Fleisch weggenommen. Da wäre ich auch sauer. Wenn du mir die Hälfte vom Teller nimmst, hey. So. Also, Hammelfleisch hießt nochmal, Entschuldigung. Uwis. Uwis. Okay. Okay, den finden wir wieder. Ja, ja, ich habe ihn ja auf dem Screen. Gibt so zwei, drei Stück im Schneebiom. Ah. In den Uwis. Okay. Sind die eher größer oder kleiner? Ein bisschen kleiner als eine Hirschkuh. Okay. Und die Hirschkuh hatte diese komischen Sternchen, die nach oben gehen. Habe ich aber welche gesehen, ja. Wenn du mit dem Fernglas schaust, hat jede Hirschkuh hat komische Sternchen. Ja, ich sehe es. Okay. Okay. Der Diabolf war auch nicht. Jungs, wo seid ihr? Auf der anderen Seite vom Hügel. Auf der anderen Seite vom Hügel. Okay. Ähm, da ist so ein Vorsprung, so eine Klippe. Neben dem Hügel. Treffen wir uns da? Mhm. Kommt drauf an. Wo du jetzt meinst. Ach, die eine Klippe da drüben. Oh, hier ist, äh, ne, ne Kiste, wo du drüber latschen kannst. Okay, ich sehe dich gerade wieder nicht. Gib mal deine Vorsprung. 26, 71. 26, 71, also da. Genau gegenüber von eurem Hügel so eine Riesenlandzunge, die, äh, so eine Bergzunge, die oben raushängt. Mhm, ich sehe dich, ja. Und da, wo ich jetzt gerade hocke, ist die Kiste. Da musst du dann einmal drüber. Mega Loco Zoros ist da drin. So ein, so ein Dinger. So, weg, ich setze dich mal ab hier. Da ist die Kiste da unten. Okay. So, dat ist, dat ist, dat ist. Jo. Jo. Alles klar. Geklappt? Ja, ja, sicher. Ich komme wieder hoch. Ja, ich bin schon in deine Richtung unterwegs. Okay. Quatsch, das bist ja gar nicht du. Das ist ja eine Schneeeule. Links von dir, ja. Aber nur eine 20er. Ja. Noch eine Schneeeule voraus. 15. Und noch ein Dracheli. Fünfer. Kann ja gar nicht besser laufen. Läuft doch hervorragend, wir leben noch. 110er Anki. 15er Eule. 15er Eule. Ja, die Eule hat aber, die Eule hat aber 1,1 Torpor. Ist aber eine 15er, also ist schon sehr gering. Obwohl man natürlich wieder sagen müsste, da könnten wir unsere Gewölle zusammenkriegen. Wofür brauchen wir das aktuell zum Tauschen? Na, für die Gatchas, damit sie die höherwertigen Kristalle kriegen, wenn ich Swizzly richtig verstanden habe. Jo, Beutengewirke und Stein. Da spielt es eine Rolle, bei welcher Größe die Eule hat. Hier ist eine 50er. Die könnten wir uns schießen, oder? Was? Eine 50er? Ja. Alles klar, ich habe die andere geguckt. Das ist eine 25er. Alles klar. Dann, warte mal, ich bringe mich mal in Position. Rex, genau unter uns. 50er, Moment. Ja, die hat 2,4 Torpor. Mach sie alle. Da kommt sie. Ja, ich sehe im Moment nichts. Super, jetzt bist du dran. Ja, du siehst nichts. Du musst höher. Ja. Die ist hinter uns. Ja, die attackiert euch. Ihr kriegt Schaden. Ja. Ich weiß. Ja, ja, wir haben Zeit. Alles kein Problem, wir haben Zeit. Mhm. Ja. Dreh ab. Dreh ab. Rex. Rex ist schon längst tot. Ja. Naja, das ist das Problem, ne? Geh zurück Richtung Obelisk. Flieg zurück zum Obelisken. Mhm. Äh. Kriegst du meine Sachen raus? Nein, gerade nicht. Ich weiß noch nicht mal. Ich muss mir erstmal die Eule hier loswerden. Ja, ja, mein Freund. Ich würde ja eigentlich... Flieg zum Teleporter nach Möglichkeit. Warte mal, wir sind zwei. Stoß drauf zu. Ich mach' einen Kreis und dann stroß mal drauf zu. Die kriegen wir. Also, unsere sind zu langsam. Ja, das wissen wir ja. Ja, haben wir jetzt gelernt. Aber zu zweit kann man sie kriegen. Pass auf die Ausdauer auf. Mhm. Ich hab' nämlich keine mehr. Ich muss kurz runter. Alles klar. Das ist gut. Da kann ich sie weiter. Dann verfolgt sie dich. Da unten kriegen wir sie. Jetzt hat sie den gleichen Nachteil, den... Bis jetzt ist sie schon fast runter. Jetzt ist sie tot. Ich werde mich belehnen. Bye, bye, bye. Ich bin wieder da. Jetzt hast du sie schon. Ja. Und die fällt genau unten vor die Wölfe. Ganz blöder Platz. Schade eigentlich. Mhm. Aber war wohl irgendwie zu erwarten. Ja. So, also Rex, deine Tasche finde ich hier niemals, weil der Grüne... Ups, warte mal, ich muss mal kurz... Hier ist noch eine Entdeckerbox. Komme. Wo du gerade hier standen hast, kommen wir zurück. Mhm. Ja. Was für eine Steckebox. Oh, ja. Geil. Die Geschichte der... Die Geschichte der Drachen. Mhm. Okay. Dann zurück zum Teleporter. Rex abholen. Kiste holen. Managarma. Alles klar. Ich habe schon meine Sachen. Okay. Wie hast du deine Sachen gekriegt jetzt? Teleporter. Ja, also gucken wir wenigstens, ob wir hier irgendwelche Hammel finden. Vielleicht kriegen wir das hin. Mhm. 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 Ich bin hinter dir, Huron. Okay. Ich bin hinter dir, Huron. Ich bin hinter dir. Ja. und ein Juturannus. Mhm. Der sieht auch biestig aus. Mit dem möchte ich mich gerade auch nicht anlegen. Nö. Nö. Nö, der braucht doch überragendes Kibbel. Mhm. Steht dran. Das ist natürlich jetzt die Frage. Wenn so ein Vieh schon ein überragendes Kibbel braucht. Mhm. Für überragendes Kibbel brauchst du Juturannus. Also ich möchte das Kibbeln, damit ich ihn zähmen kann. Herrlich. Weil die anderen Tiere gibt es hier nicht. Greifen und Weifen und das Zeug. Mhm. Mhm. So, Kali. Kommen wir wieder zurück, Tor. Ja. Komm, ich muss eh aufladen. Mhm. Guck mal da drüben. Wo denn? Hinter dem Fels. Hinter dem Fels. Ja. Ja, ja, genau. Was ist denn hinter dem Fels? Eine Snow-Eule. Oh. Das ist Schnee-Eule. Wo? Ach, die da hockt? Na? Ich tippe jetzt nur auf das blöde Eulengebirge. Weißt du, ich mache das? Ja, ich verstehe. Nur das. Ich weiß nicht, ob das war. Wie gesagt. So, Vogel, du bleibst da. Hast du Betäubungsmunition drauf? Ich habe Betäubungsmunition drauf. Warte mal. Okay, jetzt machen wir die harte Nummer hier. Verhalten passiv eingestellt. Okay, von zwei Seiten, ne? Ich wollte hier so um den Felsen drumherum. Wenn es geht. Mhm. Ich schieße mal drauf. Mal gucken, was passiert. Alles klar. Jupp. Hast du getroffen. Gut. Wenn ich das wüsste, wo du bist. Ach, da bist du. Okay. Scheiße. Die müsste gleich liegen. Die haut schon ab. Jaja, dann hinterher. Ich will nicht, dass die sich verpisst hier. Mhm. Dass die das Weite sucht. Ja. Oh ja. Warte, bis sie landet. Das wäre wirklich echt sinnvoll. Das wäre gut, wenn sie hier Weißt du was? Ich versuche hier noch einen mitzugeben. Die ist da unten gelandet, ne? Hm, nicht so schlimm. Jetzt haben wir sie. Das soll ich teleportieren? Kannst du aber. Ja, ich kann dich auch abholen. Okay. Die hängt im Berg. Nicht die beste Position. Aber man kann absteigen. Ja. Ja, ja. Mit viel Mühe. Soll ich was mitbringen? Ja, sollst du. Bring mal, geh mal in meine Basis. Was heißt in meine Basis? Geh mal in die Waldbasis. Äh, in einem Schrank. Da sind diese Stroh-Tetsch drin, die man aufstellen kann. Da bauen wir mal hier schräg einen rein oder zwei oder drei, damit wir drauf stehen und landen können. Basis start, okay. Und dann gehst du rein, zur Tür rein. Rechte Seite, mittlerer Schrank. Rechte Seite, mittlerer Schrank. Weil, Tor, ich schätze, wenn du jetzt absteigst, steigst du ab. Ich habe den Gleitschirm. Zur Not gehe ich nach rechts rüber, da wo du bist. Und die Position wäre gut. Aber von unten sieht man das alles ein bisschen anders. Das sieht schlecht aus. Warum? Äh, weil ich abgerutscht bin. Ich sehe dich. Bleib da, wo du bist. Ja. Keine Figürchen. Beweg mich nicht. Danke. Ich habe es versucht. Bin gescheitert. Ist okay, ist okay. Double, äh, Dofframe, ja? Nein, Fundament. Fundament? Einfach nur Strohfundament. Strohfundament. Genau. Ja, genau. 24. Ja, es sind ein paar mehr drin, ich weiß. Weil ich habe Tors alte Falle noch ab. Du musst ja die alle mitbringen. Du kannst mich hier abschmeißen. Ich probiere es. So, ich stehe. Wunderbar, dann kannst du es, dann kannst du ihn füttern. Wenn nicht, hole ich dich von unten wieder raus. Ja, ich kann ihn füttern. Und vor allem, Betäubungsmittel hast du nämlich auch dabei. Ja. Ich teleportiere mich zum, äh, Teleporter. Ich hole dich hier am Teleporter ab. Warte kurz, Buran. Okay, ich teleportiere. Ja. Warte mal, haben wir einen, mach mal einen Eulensattel. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon können. Ich bin da. Aha, super. Ich müsste vielleicht noch das Fleisch aus meinem Flattermann rausholen. Kannst du mal an mich ranfliegen mit deinem? Ja. Warte. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Noch ein bisschen näher. Ja, nicht bewegen. Du hast gar kein Fleisch drin. Geil. Wieso, ich habe das Fleisch. Wieso, ich habe das Fleisch mitgebracht, 200 Stück. Ja, fliegt mal weg. Ah, das gibt es ja nicht. Ich habe mir etwas Fleisch rausgenommen. Bei mir drin ist. Wie, du hast das Fleisch rausgenommen. Ja, ich habe doch, du hast gesagt, sie sollen einen Wurm reintun. Deswegen, ich habe die Hälfte rausgenommen. Alles klar. Gut, gut, gut. Okay. Ich wackele gerade etwas durch die Gegend. Echt? Versuchst du hier zu entkommen, oder was? Versuchst du echt? Gibt es ja nicht. Warte, Torex, ich hole dich gleich ab. Moment, ich bin schon... Oh, oh. Fuck. Was machst du jetzt? Jetzt kommt er. E drücken. Das läuft ja wieder. So. Ich habe jetzt genug. Und tu es jetzt in die Eule rein. Alles klar. Und ich hole einen Rexer. Ja. Oh, da drüben ist noch so ein... Achso, der Managa. Das ist nur ein 25er. Okay, den lassen wir da, wo er ist. Unter dem Obelisken. Da bist du. Das klappt. Aber für das Eulengewirr ist es auf jeden Fall schon mal sehr gut. Das kriegt man dann... Dann kriegt man vielleicht ein paar höher... Also, dann kriegt man vielleicht ein paar höherwertige Teile. Also, ein paar höherwertige Kristalle. Von den Gatchos. Und dann schauen wir mal. Und wenn es nichts bringt, dann Bratpfanne. Das heißt, ich müsste die Anlage jetzt bauen für die Gatchos. Hätten wir dafür genug Material? Naja, sie müssen einfach zwölf Fundamente voneinander wegstehen. Alles in Ordnung. Nee, brauchst nicht. Alles in Ordnung. Kannst weiterfliegen. Oder hast du einen Sattel? Ich habe einen Rex schon abgesetzt. Ja, und ist getötet. Oh, bist du... Bist du runtergefallen? Ja, ich konnte mir nicht... Das ist ein steiler Hang. Ach, da unten. Alles klar. Wie, nach Hause? Äh... Ich habe da... Wenn du bei mir reinguckst... Ich habe Fleisch drin. 80 Fleisch habe ich bei mir. Das brauche ich gerade nicht. Außerdem habe ich gerade wild getötet, damit ich hier... Vorsicht hier, schwirrt ein Drache. Ich habe ihn gesehen. Alter, das wird jetzt nochmal... Das ist wieder so... Wie sagt es, Whisley? Wenn du denkst, es klappt alles... Dann kommt Ark und... Dich... Ne? Genau. Aber der ist da drüben mit dem Zeug beschäftigt. Ja, das finde ich bis jetzt auch noch ganz gut so. Alles klar, Rex. Ich komme wieder dich beim Obelisken abholen. Okay. Dann setze ich dich unten ab. Dann kannst du deine Tasche nehmen. Du musst nicht hier hinkommen. Und ich habe schon meine Tasche... Schon fertig. Also brauche ich nicht kommen. Sonst hätte ich ja... Mitgebracht, dieser... Titsch. Warte mal. Ich transportiere mich zu euch. Ja, ne, die brauchen wir auch nicht mehr, weil... Ähm... Der ist gleich durch. Die Eule ist gleich durch? Die Eule ist gleich durch. Na wunderbar. Dann auf Folgen und weg hier. Ja, ich muss da nur irgendwie zu meinem Flattermann kommen, in der Hoffnung, dass der zu mir kommt. Der kommt zu dir. Einfach einmal mit anpfeifen und dann fliegt er mal kurz über dich drüber. Und dann drückst du E und dann hockst du schon wieder drauf. Ja, fertig. Na bitte, wenn es denn was... Gehen wir nicht ganz mit leeren Händen. Auch nicht mit wirklich vollen, aber auch nicht mit leeren. Alles gut? Ja, ja. Oh, das sieht ja hervorragend aus. So. Ja, dafür... Das Einzige, was wir jetzt sind... Das Einzige, was wir ja noch nicht geschafft haben, ist... So einen Hammel zu finden. Ah ja, da war ja was. Mhm. Nein, den Hammel war ja... Vielleicht tue ich den Kurs dann klein, ne? Mhm. Ja, ja, mach das. Äh, bei dir, woran, ne? Ich habe keinen Kühlschrank. Ich habe nur einen... Ich habe nur einen... So einen Schrank zum... Ja, ich weiß, ja. Da tue ich rein. Genau. Ja, wie du magst. So. Sieht schon mal cool aus. In der Kattage. Ach nee, das ist die, die von vorhin... Ich will halt nur gucken, was da hinten aus dem bewusstlosen Penner wird. Aber das wird wahrscheinlich noch 10, 15 Minuten dauern. Siehst du den Penner? Ja, ich habe ihn eingezeichnet vor mir. Wenn du auf... Ach so, ja. ... die Inventartaste... Ja, ich weiß ja, wie es geht eigentlich. Und wie weit hieß der? 87 Prozent. Weißt du was? Ich gehe mal rüber. Okay. In den Meer, in die Nähe. Ich gucke es mir mal live an. Ich bringe erst mal das kotzende Vieh zurück. Mhm. Genau. Vielleicht finde ich hier auf dem Weg eventuell noch irgendwas, was Sinn macht. So ein Hammel. Sinn oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Ja, ja. Sinn oder Unsinn? So mein Freund, wie sieht es aus? Auf jeden Fall ist die Schneeeule schneller als der Lasten-Torari. Ja. Und ich sehe den Teleporter, glaube ich. Danke für die gute Positionierung, Svisley. Ja, bitte. Sonst wäre ich total aufgeschmissen. Ja, mal hin. Äh, wo ist meine Taste für, äh, egal, muss reichen. Ähm, äh, Basiswald, ne? Mhm. So, dann haben wir zumindest die ersten Gewölle. Und dann schauen wir, was draus wird. Mhm. Und es soll echt plus drei Hammel von denen geben, ja? Für jede Zeit, ja. Oh, und das bei dem Gelände, na, das möchtest du erst mal finden. Ähm, komm mal her. 93,8 Prozent. Immer noch, boah, das wird mit Sicherheit, pass mal auf. Das wird mit Sicherheit nix. Ähm. Ist doch wohl ein Mädchen. Wo ist denn Pfeifen landen? Äh, Komma oder Punkt-Taste? Nicht Komma. Dann Punkt. Hab's, danke. Hm, was war's, Punkt? Äh, nee, meine, ich hab das hier auf die Maustaste gelegt. Ach so, ja. Die mittelste Maustaste, ne? Ja. Was war dann Komma? Ähm, keine Ahnung, ich hab das ja anders belegt. Ach so, alles klar. Alle hierher. Oh, Buran seine Lieblings-Taste. Oh, komm, einmal passiert. Einmal auf die Party gerufen und dann hat's funktioniert. So. El Cozzi kann man jetzt auch selber bewegen, das passt dann schon mal. Ähm, und wo ist jetzt bitte mein... Geh mal da rüber. Vögel oben parken, ne? Jo, gerne. So. So braune Würge. Der Lasten. Da müssen wir bei dem Automat das Gewölle noch einstellen. Ja, ich komm jetzt nochmal zu dir rüber. So zum Ende der Folge. Mhm. Äh, Schnee. Mich interessiert jetzt echt, was passiert. Ja, mich auch. Deshalb bin ich jetzt auf dem Weg zu dir. Mich würde jetzt wirklich interessieren. Ob der in den Himmel steigt oder nicht. Auf zum Atom. Dann gibt's heute eine minimal längere Folge. Das Ergebnis wollen wir, glaube ich, alle sehen. 99,8% hat er jetzt. Weil mich. Ich meine, Effektivität, dafür, dass wir halt nur normales Fleisch hatten, ne? 88%, plus 8 Level, dafür, dass es halt nur ein 20er ist. Aber hey, für ein Geschenk. Naja. Aber klar, wenn der jetzt, äh, in den Himmel geht. Gleich werden wir es wissen. Ich bin auf 200 Meter. Ich stehe in der Stallwand. Mhm. Links neben dir. Vielleicht kriegst du dann, äh... Ich hab den... Ich hab den Platz in den Rang genommen. Vielleicht kriegst du ihn dann gerufen. Schau mal. War schon dran? Aber das Torpor hat hingehauen. Das hat mich am meisten gewundert. So, jetzt frisst er in... Achso, nee. In 19... 18... 17... Ja, ja, ja. Stimmt, die Betäubung hat die ganze Zeit gehalten. Na gut, okay. Der ist aber auch sehr klein. Ja. Ach ja, dieks. Wenn es jetzt wirklich über 100 gewesen wären. Da hättest du schon... Acht... Sieben... Sechs... Jahreswechsel? Nein. Eins. Fuck, gezähmt. Ja. Genau, wie Swisty gesagt hat. Jetzt steigt dann in den Himmel. Höh! Da gehst du nicht gerufen, ne? Nein. Nein. Nein, der hat keine Ausdauer mehr. Dann kann er auch nicht zu dir kommen. Mhm. Wobei, eigentlich müsste er am Boden fliegen und nicht in die Luft. Mhm. Aber er steigt immer weiter. Ja. Ganz langsam. Okay. So. Bist du tot? Nein, nein. Ich kann fliegen. Ich überlege gerade, wo dein Vogel ist. Ich sitz drauf. Alles klar. Stimmt, du kannst fliegen. Das hat mir heute schon dreimal den Arsch gerettet. Ja, der steigt immer höher. Mhm. Ne, den kriegst du doch nicht gefiffen. Den kriegst du doch nicht irgendwie angefiffen. Okay. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Danke, Swizzly, Buran und Rex fürs Dabeisein. Bitte, bitte. Und euch eine schöne Weihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bye, bye. Nein.